Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und wie heißt unsere absolute Lieblingspartei? Richtig, die gute alte Tante SPD! Zack, hast du gleich eine ganz andere Stimmung in der Bude? Ja. Ja, aber das macht nichts, das kriegen wir hin. Na und? Dann liegen sie eben bei 23 Prozent. Wenn man 23 umdreht, dann sind das 32. Ja, wie heißt die geilste Partei der Welt? Ich mach euch noch mal. Ja, Mann. Ich mach euch noch einmal. Wie heißt die geilste Partei der Welt? Es will nicht.